Und einmal hier rüber. Wunderbar. Einmal zurück. Okay, und dann brauchen wir bald schon wieder eine neue Schaufel. So, jetzt sollte ich mich bloß nicht zu sehr aus dem Fenster... Genau. Nicht, dass ich da hinten dann noch nicht mehr hinkomme, aber das schaffe ich schon noch alles. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Also, wir arbeiten uns von oben nach unten, so richtig tagebaumäßig. Tragen wir hier die ganze Erde ab und ja, ich weiß, es wird hässlich. So, dududududududududududududududududududududududu. Und einen wieder runter. Und weiter geht's. Letzte Schaufel, letzte Schaufel. Das heißt, wir brauchen eine neue. Die Sonne neigt sich schon wieder dem Ende zu. Zack, also einmal hier, die Hälfte von hier, Steine obendrauf. Hälfte hier, hier, Steine obendrauf. Puh, Entschuldigung, Corona. Ähm, nein, nur Spaß. Halt ein bisschen schnüpfelig, vom, an der zügigen Luft, zügigen Luft, ein bisschen radeln, nix besonderes. So. Jetzt hier wieder rüber. Hier rüber. Da wieder runter. Zack. 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 Und hier wieder zurück. Zack, da rein und dann geht's hier wieder hoch. Und dann kommen wir hier rüber. Kommen wir hier runter. Dumm, zieh, dumm, zieh, dumm. Kommen wir hier wieder rüber. Kommen wir hier wieder zurück. Kommen wir hier rüber. Kommen wir hier weg. Kommen wir da weg. Und es wird schon wieder dunkel. Vielleicht klappt es ja heute mit dem Bett. Ähm, fünf. Zack. Zack. Und gute Nacht. So, dann ist auch schon wieder Tag und dann geht's doch einfach nur weiter. Dazu brauchen wir jetzt wieder die Schaufel. Und die nächste Schaufel. So, das war. Okay, war doch noch Erde. Ich dachte, das wäre schon wieder Granit gewesen. Aber da konnte ich wohl auf Granit beißen. Die Erde wollte einfach kein Granit werden. Zack, zack. Hier rüber. Dann geht's darum. So, einen runter und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und einmal hier. Und einmal da. Und einmal zurück. Und dann dahin. Nächste Schaufel. Und dann sind die Schaufel auch schon wieder aus. So. Und dann geht's hier schon wieder einen runter. Niveau bearbeitet. Sieht so aus. Okay. Also noch meinen runter. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. So. Einfach. Gut. So, die Fackel, die setzen wir dann am besten woanders hin. Beim Mindtest könnte man sie an die Decke klatschen. Ich glaube, hier hauen wir sie mal dahin. Ähm, drei wärst du. Und dann hätten wir die Erde hier auch abgetragen. Und ich bin wirklich am überlegen, ob ich die Wasserlöcher nicht zumache. Denn hier braucht die Wasserlöcher echt kein Mensch. So. Und dann ziehen wir den da noch rüber, den da noch. Da geht's auch noch hier hin. Okay, hab ich nicht mehr. So, dann kann ich dich nochmal... Äh, nee, wo warst du? Dich kann ich wegtun. Dich wahrscheinlich nicht, dich wahrscheinlich nicht. Dich aber, dich aber. Okay. Können wir dich noch wegmachen? Was ist denn das überhaupt? Eine blaue Orchidee. Und... Hatte ich nicht noch eine Blume irgendwo? Ist ja auch egal, was wir auf jeden Fall jetzt noch brauchen. Ich bräuchte nochmal einen Stein. Ja, okay, das ist der falsche Stein. Dann hauen wir den mal weg. Dann würde ich mal auf die Spitzhacke gehen, oder? Weil dann würde ich echt mal hier unseren... Unseren Steinbruch seiner Bestimmung zuführen. So. Aber wie gesagt, eigentlich will ich das von oben machen. Eigentlich will ich das von oben tun. Dumm-di-dum. So. Und dann wären wir hier. Platschi-Plitsch. Okay, Platschi-Platschi-Platsch. So. Dann geht's hier nochmal dahin. Gut. Einmal zu mir, Papa. Einmal zu mir, Mama. Einmal zu mir, Kindchen. Einmal zu mir... Pfff, keine Ahnung. So. Gut, und dann würde ich doch mal hier sagen... Jupp, 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 jupp. Und die Spitzhacke ist im Eimer. Und dann nehmen wir doch mal die nächste Spitzhacke. Auf jeden Fall können wir uns jetzt wieder eine Schaufel bauen. Und dann können wir hier jetzt wirklich mal ein bisschen wieder schaufeln. Eins, zwei, drei, dahin bitte, vier, fünf. So. Und dann wird wieder geschaufelt. Denn das ist Bodo mit dem Bagger, ne? Der baggert noch. Und dann düsen wir hier schon wieder hoch. Das erklärt mir auch, warum ich manchmal so dieses Gefühl hatte von wegen Haken und so. Dass irgendwas hakelt, fällt mir da gerade ein. Wenn hier blinde, ähm, unsichtbare Tiere in der Gegend rumspazieren, dann könnte das wirklich der Grund sein. Und da verreckt irgendjemand gerade. So. Gut. Und dann düsen wir bis hierher. Und dann geht der hier noch zurück. Und dann hätten wir es eigentlich auch schon. Und dann ist wirklich an der Zeit zu sagen. Also. Genau. Super. Und du. Nächste Schaufel. Und du. Und... Du, du. Und dann machen wir hier den mal so. Super. Und dann geht es hier einfach so weiter. Und du und du. Perfekt. Und weg mit dir. Zack. Und zack. Und dann geht es hier auch weiter. Und dann geht es hier auch weiter. Super. Ausgezeichnet. So. Und dann kommen wir hier quasi direkt in unseren Steinbruch. Hier unten rein. In unseren Tagebausteinbruch. Und dann würde ich jetzt echt mal... Hier sagen... Ich brauche den Scheiß nicht. Pfeift doch auf das Wasser. Das nervt mich nur. So. Okay. Zeit ins Bett zu gehen. Und... Gute Nacht. So. Also wie gesagt. Das Wasser machen wir alles zu. Wenn wir dann wirklich an dem Punkt sind. Wo wir halt sagen. Okay. Tagebau. Es muss wieder runter gehen. Dann machen wir das. Aber jetzt erstmal ist hier wirklich einfach Wasser. Schluss mit lustig. Ja dann halt nicht. Für euch ist mir egal. Und da. Ja dann halt nicht. Vielen Dank.